ARRIBA! Meine lieben Freunde zur Jogs HD! Entschuldigung, dass die letzte Woche kein Video kam. Ich war nicht ganz vorbereitet für die ganzen Videos und hatte keine Zeit und so weiter. Usw. Ich habe trotzdem das Level einmal durchgespielt, was wir nie geschafft haben, dass wir dann mit dem nächsten ganz leicht weitermachen können, weil das war richtig krass nervig, wahrscheinlich auch für euch. Deshalb habe ich das einfach mal Wow! Toll! Alles klar. So. Na! Wow! Einen Moment, ich muss einmal ganz kurz einen sehr dummen Cut setzen, aber egal. Cut! Nein, Cut! Nein! Okay, da bin ich wieder. Entschuldigung für diesen kleinen Cut. Ich musste ganz schnell was erledigen. Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß jetzt den Fehler, wenn ich äh, das ist hier ja Game of Three Dash World, Part 2. Okay, der Part ist jetzt eigentlich egal. Ja. Ja. Ich muss mich konzentrieren. Nein! Nein! Naja, ähm, zumindest, ähm, ich weiß jetzt das Problem, wieso YouTube diese Videos von Game of Three Dash gesperrt hat. Ähm, Grund, ich wusste nicht, dass die Musik von YouTube ist, ähm, und ich habe das Video und den Kanal nicht in der Videobeschreibung verlinkt. Wow! So, klein können Fehler auch sein. Ich wusste das nämlich nicht. Allerdings, ähm, weil ich euch das ja eigentlich gern mit Musik bringen will, weil das einfach viel cooler ist, ähm, ja, das ist einfach viel cooler mit Musik, deshalb, ich verlinke euch das dann und, ja, äh, Alter, was ist das für ein Level? Ähm, ja, ich verlinke euch das dann einfach. Doch, also, ja. Oh Gott! Danke! Trial and Error. Latvia? Kann ja nicht, kann kein Englisch. Ich kann wirklich kein Englisch. Ja! Diese eine Stelle ist richtig krass blöd. Bitte! Bitte! Nicht so... Alter! Ich habe hier nur 14 Versuche oder mehr gebraucht. Alter! Gut, dass das Video... Ich will dieses Level in diesem Video schaffen und wahrscheinlich wird das ewig dauern. Oh Gott! Noch Göttchen. Wahrscheinlich wird dieses Video ewig krass lang dauern. Naja. Aber ich will mich noch einmal krass für entschuldigen, dass kein Video kam. das ist... Ich weiß, es ist voll blöd, aber es war einfach so. Ja, ich habe die Stelle geschafft. Ups, Entschuldigung, äh... Ah! Toll. Das Level ist richtig cool gemacht und hat auch gute Grafik und so. Aber... Es ist einfach gar nicht so leicht. Also... Bitte? Nein! Komm schon! 82 Prozent! Werbung! 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 Okay, gut. Werbung. Keine Werbung. Doch Werbung. Toll. Okay. Job. Ja, ja! Ja, ja! Auch... Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Nein! Okay, dieses Video wird Ewigkeiten dauern, weil ich muss dieses Level schaffen. Ähm, ja, ähm, ich kann jetzt auch nicht versprechen, es kann sein, dass nur noch jetzt, ähm, weil, äh, der liebe Jojo Gameplay keine Videos aufnehmen kann. Kann es sein, dass, ähm, also, ähm, da ist nur noch jede, mindestens jede 5 Tage, also, also höchstens, besser gesagt, äh, eher mindestens, also, es kann sein, dass dann mal irgendwie ein bisschen unverteilt, aber, Entschuldigung, wirklich, ähm, wir haben einfach so gut wie keine Zeit. Ähm, ja, ah, sorry, aber dafür ist dieses Video jetzt, jetzt ein bisschen länger, ähm, ja, zum Glück, Freude, Freude, Freudigkeit, ähm, okay, okay, das Video ist ewig lang, schon nicht um die 20 Minuten, ich hab, ich weiß es jetzt nicht, aber, ach ja, ähm, ja. Ja, 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 ja mit. Ja, ja. Nein! Mann, was hat das Spiel gegen mich? Ich schaffe immer 88% oder so. Das ist richtig scheiße. Oh nein, Hilfe! Ich bin verloren. Ja, ja. Ja. Hui, hui, hui. Nein! Ich werde immer springen! Alter, wie lang ist dieses Video? Okay. Ich schaffe es einfach nicht. Naja, zumindest ist ein bisschen Hintergrundmusik gesetzt. Das ist ja schon mal gut. Zwar nicht die Original-Game mit Riedash World. Alter, bin ich schlau. Und jetzt ist schon wieder Werbung. Warte, ich muss dieses Level jetzt echt mal schaffen. Und ich werde angerufen. Toll! Kurzer Cut! So, da bin ich wieder. Ja. Alter. Ich muss dieses Level schaffen. Also, wenn dieses Video länger als 20 Minuten wird. Okay, komm. Wenn dieses Video länger als eine halbe Stunde ist, spiele ich das Level ohne euch durch, weil das ist zu langweilig für euch. Deshalb, ja. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber bitte. Und gleich darf ich nicht springen. Ja. Ja! Endlich! 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 Lass mal sehen, wie schwer das nächste ist, weil, ähm... Ach Gott, nicht diese Zahnräder-Level, die mag ich. Ich kann sie vielleicht, aber ich mag sie halt überhaupt nicht. Aber die Effekte sind halt übelst krass. Ja, okay, das ist ein voll leichtes Level. Ja, wow! Was war das denn für ein Level? First Try. Hm. Das ist ja leicht, hä? Nächstes Level! Vielleicht schaffen wir es auch noch. Also... Okay, da... Wahrscheinlich nicht. Ähm... Okay, gut, ähm... Das machen wir dann nächstes Mal. Ähm... Dieses Video ist ein 10 Minuten... Irgendwas wie... 11 Minuten Video. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und, ähm... Äh... Ja, ähm... Sorry, das war... Entschuldigung. Sorry. Sorry! Sovi! Sovi! Entschuldigung, dass keine Videos kamen. Wir hatten wirklich keine Zeit. Ich hoffe, ihr versteht das. Ähm... Ja, und vielleicht schaffe ich doch noch dieses Level. Das wäre mega krass. Ja. 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 Das ging leicht. Yay. Okay, ähm... Vielleicht haben wir doch noch ein Level. Vielleicht kriegen wir sogar noch eins hin. Werbung. Alter, ich... Wenn ich jetzt hier einfach so schnell so hart durchspiele, dann... Probieren wir es mal, ob ich jetzt das nächste Level auch noch schnell durchschaffe. Also durchspiele. Okay, das ist... Übel... Das ist übelst viel Ablenkung mit diesen ganzen... Okay, nee. Diese ganzen... So, als ob da irgendwas einschlägt. Nee. Okay. Das gibt's dann aber nächstes Mal. Im nächsten Video von... Gimmit, wie der Schwert. Ich nehm jetzt noch ein Video auf. Aber das werdet ihr dann sehen, ja. Toll. Ähm... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bin ja... Lasst ein Like da. Oh, müssen wir mal stoppen. Ähm... Und ja, schaut doch mal irgendwie bei Toxo... Und bei David HD und bei Jojo Gameplay. Und natürlich auch auf Jox HD, ähm... Den ich mit Jojo Gameplay mache. Also... Achso. Warte mal. Ich bin hier auf Jox HD. Ähm... Bei Dex HD von... Ja, das... Da ist mein privater Kanal. Da kommen aber fast keine Videos. Aber... Ich spezialisiere mich eigentlich nur noch auf Jox HD. Aber, ähm... Okay. Trotzdem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr das Like da werdet, dann ich euch jetzt auf den Lächeln. Ja! Ciao! Ciao! Tschu! Oh ja. Oder auch einfach so. Tschüss!